Mein Name ist Vincent Weirach. Ich bin Zahnarzt in der neuesten Zahnarztpraxis der Doro-Klinik in Freiburg. Wir haben uns im Bereich der Kieferorthopädie und der allgemeinen Zahnheilkunde spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Familien und Angstpatienten. Wenn du Angstpatient bist, dann erhältst du hier die bestmögliche Versorgung. Mein Schwerpunkt sind herausnehmbare und festsetzende Zahnprothesen. Hier ermöglicht das Zerex-System eine Versorgung in nur einem Tag. Morgens werden deine Zähne für die digitale Abfung vorbereitet. In einem weiteren Schritt schleift die Zerkmaschine die Kronen und Brücken aus einem Block heraus. Und am Nachmittag kann ich den Zahnersatz schon eingliedern. Wenn auch du schöne und gesunde Zähne haben möchtest, dann ruf uns heute noch an. Mach einen Termin aus. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis bald.